Ich finde, ich mache meine Sache hier drin sehr gut. Hm? Hat man gesehen, wie ich Elena getröstet hab? War das gut im Bild? Ich kack auf alle! Machst du dann aber noch einen Filter drauf, ne? Damit ich so richtig schön mitgenommen und fertig aussehe. Weil ich bin ja hier die Einzige, die jeden Tag kämpft und sich ihren Ängsten stellt. Hm? Sie spielen ja ein falsches Spiel! Wir haben lediglich am Lagerfeuer eine Runde Mensch ärger dich nicht gespielt. Und Madame hat das Spiel nicht kapiert. Und wer hat gewonnen? Ich! Hahaha! Hm? Läuft bei mir! Katsching! Scheiß egal! In jeden Fall steil! Ist mir egal! Wir wollten danach eigentlich noch eine Runde Monopoly spielen, aber das hat er sich denn erledigt. Ich kack auf Monopoly! Geh damit über los und dann kack ich nochmal drauf! Also ich hätte gerne noch eine Runde gespielt. Aber natürlich nur fürs Team! Für mein Team tue ich alles! Ja! Ja!